Duale Studiengänge gibt es ja in allen möglichen Richtungen und ich persönlich wollte aber schon auf jeden Fall in die Richtung BWL, also so wie das jetzt hier auch angeboten wird, der Bachelor of Science in Business Administration, das hatte ich mir schon vorher so ausgesucht. Also ich wollte auf jeden Fall in die BWL-Richtung gehen mit der kaufmännischen Ausbildung dann passend dazu. Es ist sehr vielseitig, also man hat nicht nur einen Schwerpunkt, auf den man sich stützen kann, sondern man hat viele verschiedene Schwerpunkte, die man selbst auch wählen kann, also man kann sich das Studium selbst so gestalten, wie man gerne möchte, also welche Schwerpunkte man wählen möchte. Es kann auch mal anstrengend sein, wenn man die verschiedenen Anlaufstellen hat in der Woche, aber ich würde sagen, es hält sich im Rahmen, aber jetzt gerade in der Zeit, wo wir auf die Abschlussprüfung von der Ausbildung zulaufen, da wird es, denke ich, etwas stressiger werden, weil man eben die Prüfungsvorbereitung hat von der Ausbildungsseite her, gleichzeitig aber auch noch für die Klausuren an der Hochschule lernen muss und dann noch die Fachaufgabe von, also es kommt alles zusammen zu einem Zeitpunkt und da kann es schon mal stressiger werden. Also ich persönlich habe jetzt davon in der Zeitung gelesen, dass es genau hier bei Schimmer & Schwarz angeboten wurde und Schimmer & Schwarz hat das ja jetzt auch neu eingeführt. Wir sind der erste Jahrgang hier im Unternehmen, der das jetzt durchläuft und deswegen fand ich das gut und habe mich da gleich für beworben und ziehe das jetzt durch. Jetzt kann ich auf diese Weise gehen. Vielen Dank.